moin leute willkommen mal wieder bei smart gedöns ich zeige euch heute die ring doorbell pro 2 und was sie alles drauf hat also bleibt dran oh tschuldigung hallo ich habe ein paar tschuldigung ok legt einfach auf die treppe alles klar alter den ist auch nichts mehr anzufangen also bleibt dran finde ich gut abgepudert ja prima oh man es geht schon los schön dass ihr wieder dabei seid ich wollte heute was über die ring doorbell pro 2 erzählen ihr könnt sie in zwei varianten kaufen einmal festverdrahtet so wie ich dann bekommt ihr noch ein klingeltravo dazu dann könnt ihr einfach die klingel an die drähte eurer alten klingel anschließen oder mit netzteil und stecker das bild der kamera hat eine auflösung von 1536 pixeln x 1536 pixeln bei einer sichtweite von 150 grad in alle richtungen ziemlich cool im vergleich zu anderen herstellern die 16 zu 9 bilder haben wo euch dann links oder rechts was fehlt oder oben oder unten ihr könnt also hier alles sehen der nacht modus hat sogar farbe natürlich nicht ganz so krass wie am tag aber ihr könnt auch noch schwarz weiß einstellen falls euch das besser gefällt das bild ist wirklich gestochen scharf schöne farben also nicht zu meckern oben links in der app seht ihr eine vogelperspektive dort könnt ihr euer grundstück von oben sehen bei mir leider etwas unscharf mag bei euch in der region aber vielleicht etwas schärfer sein dort könnt ihr sehen wie die person auf dem kamera bild auf eurem grundstück läuft ziemlich cool eine paketerkennung ist dabei ihr könnt ein kleines feld einrichten und wenn dort ein paket abgelegt wird dann bekommt ihr eine meldung dass ihr ein paket erhalten hat personenerkennung ist mit an bord leider keine gesichter und bewegungserkennung ist dabei jegliche alexa ist kompatibel mit der kamera klingeln und ihr könnt jede alexa klingeln lassen in eurem haus habt ihr eine alexa show könnt ihr sogar ein bild sehen wer vor der tür steht und auch gegebenenfalls mit ihm sprechen jedes mal wenn jemand klingelt bekommt ihr sofort eine meldung auf euer telefon und ihr seht ein kleines bild wer vor der tür steht wenn ihr dort drauf tippt könnt ihr sofort mit ihm sprechen oder es halt auch sein lassen beim gespräch ist eine geräuschunterdrückung dabei die klangqualität ist wirklich ziemlich gut man versteht alles sehr deutlich sowohl drinnen als draußen es sind einige partner dabei von ring bei mir ist es zum beispiel das nuki schloss wenn ich also mit einer person telefoniere könnte ich ihr zum beispiel schon die tür aufmachen um ihn oder sie schon mal rein zu lassen kommen wir auch noch mal zum zubehör wenn ihr könnt die blende der kamera ändern die gibt es in verschiedenen farben entweder ihr passt es natürlich eurem türrahmen oder euren vorlieben an wenn ihr zum beispiel keine alexa zu hause habt oder auch keine haben wollt dann habt ihr die möglichkeit eine extra gym oder chimie zu kaufen diese hier die könnt ihr einfach irgendwo in die steckdose stecken und dann klingelt es dort integriert ist bei der pro variante sogar noch ein kleines nachtlicht kommen wir zum kleinen wehrmutstropfen der ganzen angelegenheit denn ihr könnt nur alle features benutzen wenn ihr auch wirklich ein abo eingeht das abo ist nicht sonderlich teuer aber dennoch schade dass man es machen muss die meisten hersteller machen das ja gibt nur wenige dies nicht tun hier ist es auch der fall wenn ihr also 30 tage zurückschauen wollt was passiert ist oder ihr die video speichern oder teilen wollt oder auch fotos aufnehmen wollt dann müsst ihr dieses kleine abo eingehen am ende meines kleinen videos hier möchte ich euch auf jeden fall noch mitgeben dass die kamera für mich eine wirkliche bereicherung ist und ich sie wirklich nicht mehr missen möchte sie funktioniert wirklich einwandfrei und wenn euch dieses kleine video gefallen hat dann lasst mir doch ein like da und abonniert mich darüber würde ich mich sehr freuen bis zum nächsten mal hier noch ein paar bilder bis zum nächsten mal hier bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020